Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Gaming Play. Wie jedes Jahr Tradition auf meinem Kanal, zeige ich euch, was ich mir für Silvester 2020 gegönnt habe. Und ja, dieses Jahr ist es halt nicht so viel wegen Corona-Morona, dass es halt nicht geklappt hat, sich richtiges Feuerwerk zu holen. Das heißt, man hat leider nur die Möglichkeit, sich Kinderfeuerwerk zu holen. Ich fahre mal mit den einfachen Sachen an Leute und zwar, das sieht jetzt hier natürlich auf dem Bild, denn jetzt gleich, wenn ich alles gezeigt habe, sehr wenig aus, aber das liegt einfach daran, weil ich die Hälfte davon nur zeige, beziehungsweise, weil das geführt dann alles doppelt ist. Also wir haben hier einmal, wie man sieht, Tischfeuerwerk auf entspannt, ja, wenn er fokussieren würde, hat er jetzt gerade aber nicht getan. So, Tischfeuerwerk auf ganz entspannt, ne. Da sieht man es auch, Cut F1 von Nico. Das haben wir natürlich mehrmals und nicht nur einmal, das heißt, wir haben hier nochmal, hoppla, hoppla, das heißt, wir haben hier nochmal Cut F1 auf entspannt uns. besorgt. Dann haben wir natürlich, wie man hier sieht, oder wie man schwer unerkennen kann, Knallflaschen, das heißt, ich habe hier natürlich hier nochmal in Variante, natürlich noch mehr, aber hier einmal Knallflaschen. Und ich mache das eine, wie jedes Jahr, auch einmal für euch als Video. Ehre, wer liebt diesen Rauch auch immer? Und, ja, boah, das riecht immer so gut, ja. Ähm, ja, ich habe natürlich noch mehr hier vorbereitet, also noch mehr gekauft. Wir haben hier einmal noch, ich glaube, jetzt kommen wir gleich zum krassen Shit, würde ich mal sagen, also zum krassen Shit, weil ihr wisst ja, was ich damit meine, zum krassesten, krassesten aller Part. Äh, dann haben wir hier Powerknicklichter, das heißt, es sind einfach nur Knicklichter mit, äh, Licht auf entspannt, ne. Damit man ein bisschen Feeling halt auch noch bekommt. So, dann habe ich hier natürlich auf ganz entspannt noch Wunderkerzen. Ich meine, Wunderkerzen kommen überall hin, die braucht man einfach. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum krassen Part, was wir natürlich mehrmals haben, aber ich zeige euch jede Sache einmal. Und zwar habe ich einmal, und die liebe ich, und zwar die Fireballs XXL Packs, Jugendfeuerwerk, ist einfach mega nice, dann 16 XXL, äh, also, X, äh, so eine Runde, jetzt kann ich gerade nicht mehr reden, Kugeln drinne, und da sieht man es auch gleich nochmal, hier steht es nochmal, F1, Abgabe nur unerlaubt, und ja, ist mega nice. So, dann habe ich natürlich hier nochmal Hummelbienen, ich glaube, ja, die drehen sich halt auf den Boden, aber Qualmert auch übrigens und so, und sie, ich glaube, die sind auch schon, also die sind schon mega nice. So, dann haben wir eigentlich hierfür drinne, aber die sind nicht draußen, das ist hier so viel Kuchen oder sowas, ne, äh, oder, ja, aber wir stecken das einfach auf den Boden, und dann zünden wir das da oben an, und auf ganz entspannt kann man sich dann hier nochmal auch draußen was gönnen. So, gucke ich mal, wie ich das hier mache, dass ihr das trotzdem noch auf dem Bild habt. So, dann habe ich natürlich einmal noch, äh, Asteroid XXL Packs, und die sind wirklich die besten, weil die feiere ich einfach mega, da sind 24 Stück drinne, und, ja, die kann man sich auch gönnen. Und zum guter Letzt haben wir hier die, ah, ne, wir haben noch, äh, sogenannte Joints, deswegen steht hier auch nicht in den Mund stecken, Crazy Kraut, äh, muss ich sagen, sieht wirklich mega nice aus, und, äh, als Joint verpackt ist es wirklich mega nice. So, und zum guter Letzt haben wir hier natürlich nochmal die Heuler, damit man überhaupt Raketenfeeling hat, und die sind natürlich auch nochmal als Cut-Tirurgie F1 gekennzeichnet. Ich hoffe, er fokussiert, sollte er aber, ansonsten, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Er fokussiert immer noch nicht, was soll das? Ey, Leute, was... Jetzt muss er aber, eigentlich müsste er jetzt fokussieren, komm schon. Ah, ein Fokussierter, 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 weiter, jetzt, Cut-Tirurgie F1, auf ganz entspannt. Ja, das ist mein Silvester, natürlich in eins in der Mehrfachform, und, ich muss sagen, feiere ich mega, und ich wünsche euch noch einen Newtonrutsch, und es kommen natürlich noch zwei, drei Videos online, ich glaube noch zwei, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, den letzten Tag genießen, und ciao, Leute.